Ihr wollt beruflich so richtig durchstarten? Doch dafür ist auf jeden Fall ein Studium notwendig. Denn nur mit einem Studium kann man richtig viel Geld verdienen. So denken tatsächlich sehr viele Menschen und machen Abitur und studieren dann, nur um festzustellen, dass das gar nicht so ist. Wir haben heute für euch 10 Jobs, mit denen ihr auch ohne Studium richtig gutes Geld verdienen könnt. Hierbei genügt ihr einer Ausbildung nach dem Abitur. Mit entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung könnt ihr ohnehin euer Gehalt steigern, ohne studiert zu haben. Ein Studienabschluss garantiert nämlich nicht, dass ein Bewerber auch gut performt und viel Geld wert ist. Seid gespannt auf Platz 1. Etwas ganz Besonderes wartet ihr. Nicht nur der Job und die Vergütung ist besonders, sondern auch um den Job zu erlernen, liegt ein schwieriger Weg für euch. Also bleibt bis zum Ende dran. Starten wir mit Platz 10, dem Baufinanzierungsspezialist. Sie sind auf der Suche nach einem Eigenheim oder Wohneigentum. Da nicht alle Menschen das nötige Geld Cash zur Verfügung haben, benötigen diese eine Finanzierung. Da das Thema sehr komplex sein kann und sich in der Vielfalt von Anbietern und Angeboten viele Laien überfordert, kommt der Baufinanzierungsspezialist ins Spiel. Dieser hilft euch das passende Modell, die passende Förderung und die richtige Bank zu finden. Und euch verständlich zu erklären natürlich. Schließlich sollen bei so einem wichtigen Schritt alle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden auch erfüllt werden. Der Baufinanzierungsspezialist kümmert sich um die aufwendige Recherche und dient als Dienstleister der Bank und wird mit einer Provision der Bank entlohnt. Denn die Banken wollen sich nicht selbst um die Baufinanzierung kümmern, da so Filialen und Personal gespart werden können. In diesem Job liegt das Mediangehalt jährlich bei ca. 66.500 Euro. Damit landet dieser Job ohne Studienabschluss auf unserem Platz 10 in dem Ranking. Platz 9 ist der Leiter einer Materialwirtschaft. Die Materialwirtschaft oder auch Warenwirtschaft genannt, sorgt für die Verwaltung rund um das Thema Materialbewegungen. Also wann, wo, wie, wie viel Material, in welcher Qualität vorhanden sein muss. Dazu gehört die Pflege von Stammdaten, die Nutzung einer Betriebsdatenerfassung, was die Grundlage für korrekte Kalkulationen und Fertigungssteuerung darstellt. Ihr kümmert euch also alles, was mit dem Thema Materialwirtschaft zu tun hat. Von der Beschaffung der Waren und Dienstleistung über die Lagerung, den Verkauf und gegebenenfalls am Ende der Wertschöpfungskette um die korrekte Entsorgung von Materialien. Dieser Job bietet ein breit gefächertes Spektrum an Aufgaben, und ein sehr hohes Maß an Verantwortung. Hierfür werdet ihr mit Jahren ebenso mit 66.500 Euro entlohnt. Ein sehr guter Wert für einen Job ohne erforderlichen Studienabschluss. Platz 8 belegt in unserem Ranking der Area Sales Manager oder auch Gebietsverkaufsleiter. Die Grundlage für diesen Beruf legst du mit einer Ausbildung zum Beispiel zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Anschließend sammelst du Erfahrung im Vertrieb und durchläufst Inhouse-Programme und lernst die Produkte deines Unternehmens kennen. Nun geht es um den Aufstieg in deinem Unternehmen. Es gilt häufig, je größer und internationaler das Unternehmen bzw. der Konzern ist, desto besser sind die Aufstiegschancen. Je besser nun deine Vertriebs- und Verhandlungsfähigkeiten, desto höher wird dein Gehalt auch werden. Als Area Sales Manager oder auf Deutsch Regionalleiter oder Gebietsverkaufsleiter betreut ihr Kunden in einem definierten Gebiet, akquiriert neue Kunden, analysiert die Märkte und baut und pflegt langfristige und nachhaltige Kundenbeziehungen. Dafür werdet ihr ohne Studienabschluss mit einem Medianenlohn von 67.000 Euro pro Jahr entlohnt. Platz 7 in unserem Ranking belegt der Leiter im Werkzeugbau. In diesem Job verdient ihr in der Industrie euer Geld. Es ist allgemein bekannt, dass man in der freien Wirtschaft richtig gut verdienen kann. Habt ihr eine solche Position nun inne, seid ihr für alles rund um die Maschinenanlagen verantwortlich. Sowohl die Herstellung von neuen Werkzeugmaschinen als auch die Instandhaltung fallen in eurem Zuständigkeitsbereich. Bei der Instandhaltung koordiniert ihr die präventive Instandhaltung, die termingerecht durchgeführt werden soll. Damit geht ihr natürlich die Planung und Beschaffung der notwendigen Ressourcen sowie Ersatzteile einher. Im Bereich der Herstellung von neuen Werkzeugen wirkt ihr bereits in der Konzeption bis hin zur finalen Fertigstellung mit. In diesem Job in der Industrie erhaltet ihr auch ohne Studium richtig gutes Geld. Mit euren Fähigkeiten und vor allem Verantwortungsbereich könnt ihr bis zu 69.250 Jahre brutto median als Leiterwerkzeugbau verdienen. Platz 6 ist der Verkaufsleiter im Außendienst. Wie der Name Außendienst bereits anlässt, bist du viel unterwegs. Als Verkaufsleiter seid ihr für die Koordination aller Aufgaben der Bereiche, Vertrieb und Verkauf verantwortlich. Ihr managt ein Produkt- und Dienstleistungsportfolio und versucht diese an eure Kunden zu bringen. Ihr wollt schließlich die Bestandskunden zufriedenstellen und neue Kunden von euren Leistungen überzeugen. Um das zu erreichen, seid ihr, wie anfangs erwähnt, viel unterwegs. Ihr betreut in der Regel einige Standorte und Niederlassungen, welche ihr gelegentlich besucht. Neben einer hohen Reisetätigkeit bringt der Job auch eine hohe Abwechslungsvielfalt mit sich. Ebenso habt ihr richtig gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit euren Fähigkeiten und Kenntnissen. Mit diesem Job wartet ein Medianjahresbrutto von 70.500 Euro auf euch. Platz 5 belegt der Produktionsleiter Maschinenbau. In der Industrie werden die unterschiedlichen Produktionsprozesse durch Produktionsleiter geführt. Alle darin anfallenden Aufgaben wie Planung, Organisation und Koordination der Prozesse werden vom Produktionsleiter abgedeckt. Als Produktionsleiter tragt ihr für die Herstellung von technisch und qualitativ einwandfreien Produkten Sorge. Ihr verantwortet die Mitarbeiterplanung, Führung und die Befähigung der Mitarbeiter, ihre Aufgaben korrekt ausführen zu können. Zu guter Letzt kümmert ihr euch um die kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse und reportet die Kennzahl an die Geschäftsführung. Auch ohne Studienabschluss könnt ihr als Produktionsleiter Maschinenbau bares Geld verdienen. Ein Brutto-Median-Gehalt von 72.000 Euro pro Jahr erreicht Platz 5 in diesem Ranking. Platz 4 belegt der Industriemeister in der Chemie. Mit diesem Job übernehmt ihr die Produktionsleitung in einem Betrieb. Wie der Name schon sagt, seid ihr in der Verantwortung einen reibungslosen Ablauf in eurem Unternehmen, was ein Chemiekonzern sein wird, sicherzustellen. Eure Verantwortung beginnt bereits als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung oder dem oberen Management und euren Mitarbeitern auf dem Shopfloor. Dieser wichtigen Aufgabe wird auch eine hohe finanzielle Wertschätzung zuteil. In der Chemieindustrie, welche mit der Pharmaindustrie und der Automobilindustrie die höchsten Branchengehälter vorweisen können, könnt ihr euch über ein Median-Produktgehalt von 72.500 Euro im Jahr freuen. Platz 3 in unserem Ranking belegt der Hotel General Manager. Waren sie schon einmal in einem richtig tollen Hotel? Man ist beeindruckt von der Lobby, das Personal ist zuvorkommt und es bleibt kein Munch offen? Um diese Zufriedenheit der Gäste vollumfänglich sicherzustellen, kümmert sich der Hotel General Manager oder Hoteldirektor. Ihr managt alle anfallenden wirtschaftlichen und organisatorischen Aufgaben, wie die strategische Ausrichtung des Hotels, was wollen die Gäste und welche Leistungen werden angeboten, das Qualitätsmanagement. Deshalb seid ihr zuständig im Hotel unterwegs und versucht den reibungslosen Ablauf und die uneingeschränkte Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Außerdem ist eure Aufgabe die Personalorganisation. Ihr müsst letztlich das Hotel profitabel führen. Der ständige Blick auf die Umsatzentwicklung mithilfe von Kennzahlen bringt eine hohe Verantwortung mit sich. Ihr entscheidet über den Erfolg des Hauses und die Zufriedenheit der Gäste. Dafür werdet ihr in diesem Job ohne Studium mit einem Prodomedian-Gehalt im Jahr von 73.500 Euro entlohnt. Den zweiten Platz in unserem Ranking belegt der Bankfilialeiter. Ihr könnt euch sicher die Komplexität und hohe Verantwortung im Bereich Finanzen als Bankfilialeiter vorstellen. Neben hohen fachlichen Anforderungen an Geldanlage, Finanzierung und Kundenbetreuung müsst ihr euer Team und eure Belegschaft entsprechend leiten und lenken können. Auch die Kundenbetreuung von Privat- und Geschäftskunden bleiben deine Aufgabe. Je mehr und je wichtiger Aufgaben dir zuteil werden, desto höher wird auch dein Gehalt sein. Auf unserem Platz 2 verdient der Bankfilialeiter ein Jahresbrutto von 77.000 Euro. Kommen wir nun zu dem ersten Platz und dieser wird belegt von einem Piloten. In Deutschland gibt es schätzungsweise 18.000 Piloten. Das ist nicht viel. Das liegt wohl an der anspruchsvollen und kostspieligen Ausbildung. Neben einem Abitur oder auch einem Fachabitur dauert die Ausbildung ca. 24 Monate, also zwei Jahre. Aber dann darfst du noch lange kein Passagier zum Flugzeug fliegen. Zusätzlich musst du noch mindestens 5000 Flugstunden als Erfahrung vorweisen können. Abhängig von der Airline auch noch mehr. Ebenso die Kosten der Ausbildung sind nicht zu unterschätzen. Zwischen 60.000 und 100.000 Euro müssen eingeplant werden, um erstmal Pilot werden zu können. Euch interessiert natürlich jetzt brennend, was nun am Ende Jahresbrutto als Pilot herausspringt. Und zwar ist das unser Platz 1 mit 87.750 Euro im Ranking der Jobs ohne Studium. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.